Hey Leute, wir machen jetzt den Challenge. Wer kennt mich besser? Meine Mutter oder mein Freund? Als erstes will ich wissen, was meine Lieblingsfarbe ist. Bp-Klau. Ja, meine Art richtig. Okay, das ist aber einfach. Was ist mein Lieblingsgetränk? Reppolz. Ja, hätte ich auch gesagt, aber er war schneller. Okay, direkt Lieblingsessen? Spaghetti-Ballomese. Ja, das ist richtig easy. Was ist mein Lieblingsschuh? Die Babestars. John Piero. Nein, meine Babestars. Und die letzte Frage, was ist mein Lieblingsfilm? Nein, nein, das ist eine Serie. Ähm... Titanic? Ja, Titanic. Stollertipp, meine Mutter hat 3, 2 gewonnen.